Leute können dir immer joinen und dir helfen. Ah, okay. Finde das Schmiedesegment. Okay. Wir springen immer so mega episch. Okay. Also die räumen hier gerade alle auf, finde ich gut. So. Ich muss erstmal auf Beste. Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. So. Letzt mich nochmal ein. Jeremy, ich habe meine Einstellung geändert. Ähm. Geht das während des Spiels? Kann ich während der Runde jemanden einladen? Weiß ich was. Das war meine, eine prospere, independente Kolonie. Bis die Grineur zu kommen. Ha. Ich frage mich, wer dieser Typ ist. Das Schmied ist nicht aufgerufen worden. Kürzlich. Du hast eine Runde-Tank. Okay. Ha. Kriegen wir schon alles hin. Was haben wir hier? Aufzurufen. Hier gibt es immer so viel zu entdecken, finde ich. Also gerade so Kisten und so weiter. Ich möchte ungern hier durchrushen durch alles. Ich möchte durchaus gerne ein bisschen was, äh, hier erkunden und so. Kisten. Zack. Hoch. Na. Wollte ich gar nicht. Also. Ähm. Das war kein guter Schuss. Das ist ein Bossgegner. Kommt später noch. Hab ich mir fast gedacht. Den hab ich mir fast gedacht hier. So. Was haben wir hier? Irgendwas. Hier haben wir eine Kiste. Mit nichts drin. Ah, doch. Credits waren hier drin. Zack. Viel Spaß, Hippie. Alleine. Ich weiß gar nicht, wo ihr plötzlich wart. Ich weiß gar nicht, wie ich euch einladen kann. Ihr wart ja plötzlich weg. Was ist das hier? Achso. Schrot Munition. Wo kommt der denn hier? Da war er plötzlich da. Schön. So. Das haben wir. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir auch noch Kisten. Es sind nicht so viele Kisten mit so viel Munition und allem. Krass. So. Jetzt wollte ich es da mega episch. Wollte ich den jetzt killen, aber hat nicht geklappt. Schade. Der Heed lagern die Mau gerne mit. So. Da hinten haben wir noch irgendwas. Das ist, glaube ich, Schild. Das hier müsste, glaube ich, Schild sein, oder? Energievoll. Genau. Das ist ein Schild. So. Auf Wiedersehen. Hier haben wir aber nichts. Hier haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Oh. Nicht den Alarm auslösen. Wie ist das so komisch? Das Algenzeug hier oder, keine Ahnung, so Tentakeln irgendwie so, keine Ahnung. Das haben wir auch auf unserem Schiff, das Zeug. Ich würde das gerne loswerden. Das ist bestimmt nicht gesund. So. Mal eben gekillt, die Leute. Irgendwo ist hier noch einer. So. Die eine kann ich zu einem Spiel eingeladen. Ja, jetzt bin ich ja gerade in der Mission hier drin. Von daher wird das gerade schwierig, glaube ich. Achso, das ist der. Ähm. Das ist ja krass. Man kann sogar die Leichen noch zerstückeln dann. Das ist ja cool. Also die haben echt viele bei diesem Spiel so ein bisschen an viele Details gedacht. Finde ich gut. So, hier geht es auch noch nach oben irgendwo. Achso, Moment. Da ist die Quest. Dann gucken wir schnell hier, was hier ist. So. Oh, diese Tentakel. Ich frage mich echt, was diese Tentakel hier zu sagen haben oder zu tun haben. Zack. Gucken wir mal. Hier können wir aufmachen. So. Wie schaut es aus? Stufe aufgeschrieben. NK8. Ich lasse die nicht den Alarm auslösen. Da habe ich keinen Bock drauf. Danach ist halt hier Schicht im Schacht. So. Okay, da komme ich nicht mehr hoch. Aber hier komme ich hoch, bestimmt. Äh. Ja, hier komme ich hoch. Äh, hier ist aber eh nichts mehr. Glaube ich, muss eh da hinten lang. So, der Hugo ist da. Hallo Hugo, grüß dich. So. Geht doch. War, glaube ich, nur nur Glück, dass das geklappt hat. Dass ich da jetzt nicht gestorben bin. So. Das blaue ist Energie für deine Fähigkeiten. Schild lädt sich alleine auf. Aha, gut zu wissen. So. Okay. Kriege ich eigentlich diese roten Spinde auch irgendwie auf? Ich glaube, die roten Spinde kriege ich gar nicht auf. Die sind einfach nur zugesperrt. Keine Ahnung. Ähm. So. Okay. So. Zack. Ähm. Ach so. Ist schon tot. Find ich gut. So. Dann haben wir das hier. Lebt. Was ist das hier? Ach so, eine Konsole, glaube ich bloß. Ne? Kann ich nichts machen mit. Nö. Muss ich eigentlich lang gerade? Ich muss der Map irgendwie folgen. Hier gibt es so viel zu entdecken gerade, dass es irgendwie... Oder zu öffnen, besser gesagt. Da geht es nicht weiter. So. Da oben waren wir schon. Das heißt, ich muss da hinten lang. Huch, was ist das denn? Was ist denn das hier? Offensichtlich nichts. Ist eine Tür. Eine verschlossene Tür. Ähm. Die gerade zu ist. Was eine verschlossene Tür so an sich hat. Oh. Das war nicht ganz so hoch. Ähm. Ja. Okay. Ich sollte... Ich sollte aufhören, so Spirenzien zu machen. Und... So. Haben wir den Alarm irgendwo? Ne. Hat er... Äh. Nicht aktiviert. So, was ist hier? Da kann man ja nicht durch, glaube ich Nein, klar nicht So Denk an Randalls Monday, wenn du das heute noch durchkriegen willst Stimmt, ich wollte Randalls Monday heute durchspielen Jetzt sieht er wie ein Mann aus Achso, weil ich mich rasiert habe Ich glaube, er ist jetzt im Warframe-Fieber Das Schlimme ist, das macht tatsächlich mega viel Spaß, das Spiel Das macht sensationell viel Spaß Wenn ich jetzt dran denke, dass ich jetzt Randalls Monday machen wollen würde Ist so, nee Ich schaue mir das jetzt auch mal an Sieht witzig aus Es macht mega viel Spaß Das macht echt Es ist sehr komplex, finde ich, an einigen Stellen Aber es macht echt mega viel Spaß Hätte ich nicht gedacht Ich glaube, ich habe ein neues Spiel gefunden Achso, der fährt von oben nach unten jetzt Schön Bin ich fast reingesprungen? Wäre lustig gewesen Naja, der Abend ist ja noch jung Ja, das stimmt Das ist wohl wahr So muss ich jetzt eigentlich lang Jetzt mal Sekunde Ähm, ich muss da hinten hin Ich bin mir wieder irgendwo lang gelaufen Achso Tschau So Auf Wiedersehen, meine Freunde Da hat es dann einfach mal weggeschossen So Es ist ja nicht mal 18 Uhr Stimmt Ich dachte, es ist ja schon viel später eigentlich Aber die Zeit vergeht irgendwie nicht Was ich sehr gut finde, tatsächlich Äh, weil dann kann ich länger Warframe spielen So So Okay Ähm Ne, Alarm hat er nicht aktiviert Der wartet einfach auf mich Hat mir gar keine Zeit gelassen Mich kurz mal drauf vorzubereiten Dass der da kommen könnte So Oh You located the foundry segment Now pick out So, hätten wir dat. Weiß ich hab' ich nicht gesehen, oder was? So, hätten wir dat. So, auf Wiedersehen. Oh oh, das war doof. Ach was, ist mir nicht aufgefallen. Wo ist er denn? Ach, da. Egt er noch. Hab' ich nicht mit gerechnet. Okay, das ist, die Konsole ist kaputt. Ja, wo ist der? Hm, wo ist der denn? Ich seh' nicht. Hm? Na komm, hab' ich dich. So, kurz mal hacken. So. Alarmsystem deaktiviert. Alarmsystem deaktiviert. Wow. Wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht runter. Ich wollte eigentlich so ganz episch hochspringen. Hat offensichtlich nicht so gut geklappt. Da haben wir noch eine Kiste. Was war das? Gewehrmunition voll. Irgendwas war hier gerade. Ich weiß noch nicht was. So. Credits. Gewehrmunition. Oh, hier. So, haben wir das. Nehmen wir noch die Kiste. Ah, okay. Moment, wenn jetzt der Sound kommt, dann hab' ich irgendwas gefunden. Okay, gut zu wissen. Dann findet man immer irgendwas. Das heißt, das muss man auf jeden Fall aufheben dann. Keine Zeugen. Stealthkill. Okay, ich würde es zwar jetzt nicht als Stealthkill bezeichnen, was ich gerade gemacht hab', aber okay. Ähm. Okay. So. Jo, wie war das mit Life is Strange Abend und so? Hm, hm. Ja, Schmiede-Segment. Your ship is one step closer to completion. Now, there is one more thing you need to do. Eliminate all Grineer and provide justice for the colonists. Okay, es ist lustig, wie die manchmal einfach da stehen und nichts tun. Ist sehr interessant, muss ich sagen. So. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Feinde. 35 eliminiert. Okay. Also Search and Destroy jetzt praktisch. Ja, schau'n wir hin. Das sollten wir hinkriegen. Hier komm' ich... Ach, hier komm' ich noch rein. So. Da ist noch was. So, machen wir eben auf. So. So. Bester ist wieder da. Hallo, Bester. Hm. Wo geht's da hin? Ah. Cool. Dann nehmen wir doch alles mit einfach. Machen wir doch mal ein schönes Ründchen hier. Zack. Sammeln wir natürlich alles auf. Kontrollpunkt. Finde ich gut. Hier haben wir noch eine Robedo-Kiste. Okay. So. Und dann ging's noch rechts rum, glaub' ich. Hier ging's noch weiter. Das ist geil, wie die das gar nicht checken. Stahlfasern beschädigt. Plus 8 Rüstung. So. So. Ich muss sagen, mir gefällt dieser Bogen echt gut. Aber mir geht langsam die Munition aus dafür. Das find ich nicht ganz so geil. Mist. So. Eben war wohl die Leiche zerstückelt hier. Machen wir deine First-Fähigkeit. Das war, glaub' ich, auf Taste... Taste 1, glaub' ich, war das. Müsste ich mal. Ach ja. Und Spartan G. Vielen Dank fürs Folgen. Seh' ich gerade. Schrot-Munition voll. Stufe aufgestiegen. Level 6 Scanner. Aha. Cool. Also bei Gegnern. Bitte. Jo. Hab' ich gerade. Hm-hm. Ist auch ganz witzig eigentlich. Das müsste das jetzt die Energie hier sein, ne? Ja, genau. Das sind die Energiekugeln, die überall rumliegen. Hab' ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich bin so mit diesem Bogen und alles einfach drin, dass ich da überhaupt nicht mehr dran gedacht hab', dass ich da ja auch diese Fähigkeit habe. Ich bin so mit dem Bogen und alles einfach drin,